hey ho meine schnitzel und herzlich willkommen zu dead by dienstag ja heute spielen wir mal ein killer die legion und es ist schade dass die survivor scheinbar nicht alle zusammen gespawnt sind weil ich werde benachrichtigt wenn zwei survivor an einem wo ist der hin? naja hier ist ja auch irgendwo einer schade als ob hier so viele schließfächer sind nach keinem bock die alle durchzusehen aber da da sind jetzt gerade zwei leute und hier war ja auch irgendwo einer dann gucken wir uns das ganze einfach mal da hinten an wir spielen die legion mir wurde gesagt dass die legion kacke ist also gemein aber das finde ich ja nicht naja scheiße und wenn wir uns hier den navet king nein wir holen uns das denn wir wollen ein paar punkte gefahren je mehr punkte desto besser ne was ist da jetzt los hallo ist hier jemand ich mach die schränke übrigens schneller auf durch das andere perk ja super tolles perk ist das aber ich mache hier gerade gefühlt nix nix mache ich habe ich schon getreten also ich muss sagen ich bin komplett aufgeschmissen wenn die survivor nicht also hier war auf jeden fall ist er reingegangen das wusste ich nicht dass mir das gezeigt wird ähm ist der keller hier nope dann gehen wir nach hier und da sind gerade zwei survivor dran das trifft sich sehr gut ich frag mich ob hier einer reingegangen ist nein aber da hinten ist jemand aus einem locker gekommen wir verfolgen natürlich den der noch nicht aufgehangen war aufgehängt wurde ähm weil wir keine nur haarschlächer sind ne sagt er und spielte die legion was war denn da oben jetzt der hat auf jeden fall scheinbar geschrien warum auch immer ist der jetzt hier drin mein ne ne der ist hier irgendwo hingerannt die frage ist natürlich wohin hier haben wir jetzt zwei angeschlagene dudes ich frag mich wo der david king ist aber der ist leider weg und den den anderen seh ich jetzt gerade auch nicht da ist er ähm ich find die fähigkeit von der legion echt nicht unbedingt so gut hallo wenn du da rein rennst dann seh ich statt ähm aus dem einfachen grund die arbeiten da zusammen an einem generator alles klar da kann ich dann gleich hin ähm man braucht irgendwie vier oder fünf schläge um den survivor fertig zu machen warum schreien die eigentlich rum ich verstehe das nicht ist das irgendwie ein ach so weil die weil die den den dings verlassen kann das sein ich hab echt keinen plan Zeruplan nein oh mein gott bin ich behindert muss jetzt hin nice ja ähm also ich mag die legion aber die legion ist auch leicht zu spielen das muss man dazu sagen ist jetzt kein meisterwerk vor allem die perks sind übelst geil finde ich also die perks die die sind so gut weil man sieht halt einfach immer wenn wenn irgendwo leute zusammen sind oder wenn sie äh aus dem versteck gehen das hilft vor allem gegen diese leute na ist das passiert gegen die leute die äh einen mit den schränken treuen da sind auch einige der ist nicht gemacht aber da sind ein paar und hier ist auch einer nein bin ich nicht schnell genug ja man erst mal gucken die scheinen da nicht mehr zu sein und dann äh ja ich fühl mich grad irgendwie schlecht weil ich grad gut spiel ich fühl mich so schlecht ich frag mich warum achso wegen dem raus gehen da aus dem Schrank ne das perk ist echt geil also ich möchte ich möchte nicht gegen eine legion äh als survivor spielen da bin ich schon sehr froh dass ich das noch nicht erleben musste mit dem schon mal ich glaube nicht warum hinten der in den keller hä naja ähm ja gucken wir mal hier rein wohl in grunden keine ahnung oh da sind dann die restlichen beiden survivor gerade und um den anderen kümmern wir uns später denn oh da ist er das schöne ist dass ich äh dass ich einen vorteil hab wenn ich gerade eben jemanden trage die haben keinen einzigen generator gemacht ey ich fühl mich so kacke ich fühl mich so kacke nicht am feiertags beisammen sein ach so weil ich mehreren keller eingepackt hab das ist geil schön zu wissen dass das mein erstes mal ist oh gott die legion ist doch vielleicht okay es tut mir so leid oh er macht spaß die ist schnell oh der ist freigekommen der ist freigekommen aber er kann die luke nicht kriegen er kann die luke nicht kriegen alles klar wir wir helfen dem jetzt mal ich will ich will eigentlich dass er dass er hier rauskommt mal gucken ja das bringt doch eh nix was ich alles schon aktiviert hab ähm ah ich lass ihn mal machen also ich ich weine ich finde ihn jetzt eh nicht mehr ach ich hab vergessen jetzt die uhrzeit zu gucken naja oh hi ähm okay wir lassen ihn mal frei wägeln ich möchte dass er dass er den schafft er kriegt dafür ja glaube ich auch punkte ist ein bisschen kacke dass ich jetzt ja da warum rennst du weg nein los nur weil ich kriege erfolge äh punkte fürs verfolgen ich weiß dass er jetzt äh oben ist ja ist er selber drin hm kommen wir da rüber nein ach komm dann trete ich den wisst du was ist jetzt auch egal wenn ich den sehe dann dann ist jetzt vorbei dazu muss ich den erstmal finden das ist das erste problem was ich hab ich hab ihn gehört ich hab ihn gehört ah da in den keller naja das hält ja glaube ich länger wenn ich jemand verfolge was ziemlich krank ist kann ich den hier auch nochmal kaputt machen naja war keine schöne runde also es lag an mir gg oh man also ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe ihr hattet wenigstens spaß dabei und ähm ja ich würde mich freuen wenn ihr auch beim nächsten mal holy shit wenn ihr auch beim nächsten mal ähm wieder dabei seid dann sag ich mal tschüss ihr lieb und äh bis denne